Willkommen zu einem neuen let's play. 500er verließ. Security Breach. Ähm, letzte Folge haben wir hier irgendwas, glaube ich, aktiviert? War das nicht so? Kann ich das jetzt schon drücken oder muss ich erst... Ich muss erst wieder an Sicherheit stehen. Okay. Ich hasse Monty. Ich hab's jetzt einfach schon ein paar Mal probiert und... Ja. Ja. Genau. Genauso. Ich werde denn sowas von killen. Ich suche mir raus, wie man den killt. Das geht gar nicht. Es fuckt so ab. Ja, ja. Kennen wir schon. Gregory, das Sicherheitssystem weiß, dass du hier bist. Kieran has locked you out. Reset the breakers and restore power to the West Arcade. Warnung. Kampern mit der automatischen Staffel. Will result in suspension of your membership. Ich werd gern suspendiert. Ich werd noch nicht mehr auf, wie man den ganzen Sauerhaufen hier. Hier war doch irgendwo ein Schalter. Na, wo ist er denn? Muss ich jetzt vielleicht erst runtergehen? Und dann muss ich erst runtergehen. Jetzt schön runtergehen, damit ich danach wieder hochgehen können. Da hab ich richtig Bock drauf. Heftig, Alter. Der DJ. Alles schisch hier. Hä? Die spawnen etwa. Safety protocols deactivated. Please reset circuit breakers to all zones. Three zones remain. Janitorial service. Arcade. Arcade. Oh nein. wollte ich zwar nicht aber hilfsbestimmt ganz ruhig also da ist denn los mit dem spiel aber was ist denn hier los ganz oben habe ich auch ein schalter hier von er kommt was jetzt passiert welch nein 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 music man ist auch on tour alter der klettert hier durch die räume alter oh nee nicht monty so nicht schicke hat sich echt scheiß an das heißt wieder warten alter einfach monty da oben unterwegs die wollen es jetzt auch echt schwer machen nein 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 non nein nein nie und noch mal hoch um noch mal runter zu können und die ist so ein abfahrt der wird sterben also echt den hole ich mir als nächstes egal wie den hole ich mir das reicht nach der mission er wird sowas von draufgehen auch eine gute idee und wieder runter was man so alles findet beim verstecken denke mal das ist der dritte music man auch die wir echt jetzt was was echt jetzt ich dachte das ist gar kein also die vorne ist einfach eine safe zone kommt der spack hier nicht hin wollen sie mich da hin lassen letztes mal durfte doch auch nummero eins nummero eins nummero eins nummero eins mein fuß ist zu klein nummero eins nummero eins nummero eins nummero eins nummero eins nummero eins mensch ぁ nummero eins nummero eins mutter Alter! Bitte mach nicht diesen. Schicker Schild immer noch da hinten. Alter, drehen wir nicht so am Pisser. Bleib mal ganz ruhig hier. Ey! Ich glaube, da spielen wir mal kurz eine Pause. Ich weiß nicht, was hier falsch ist. Es wird immer lauter alles. Juhu! Wenn ich jetzt aussteige, ne? Dann. Dass ich so drauf gehen. Ich stehe richtig drauf. Alter! Du spinnst ja wohl ein bisschen. Nein! Mach nicht diesen. Mach nicht diesen. Nein, 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 nein. Nein! Alter! Nee! Wenn Monte mich jetzt fischen würde, ne? Dann ist es vorbei. Ja, kann es jetzt auch mal wieder leiser werden, Musik! Alter! Ist doch mal gut! Verstehe ich hier am Kopf? Ja, verhandelt halt. Mensch! So sieht man da gar nicht, dass die Blatt vor dem Weg laufen muss. Ich renne mit dir jetzt hin. Ich renne mit dir weiter runter und ich renne mit dir weiter runter. Hey! Jetzt riecht den Schalter um und der kommt da raus nicht vorher. Richtig! Fah um scheiße Tasche! was soll denn das? ok, hat du keine Zeit mehr Schritte ausgespielen? oder höre ich noch keine Schritte? Jetzt muss ich mir das doch mal holen, so ist es nun nicht. Oh, ist das schön leise. Oh, nicht speichern, speichern. Das zög ich zuerst. Alter, meine Fresse, ist das leise. Oh, geil. Jawohl, geht morgens durch. Ja, und jetzt kommt wieder die Meldung, die keiner braucht. Hey, keine Meldung. Welche Sicherheitsabzeichen habe ich denn jetzt? Ich habe die 8 schon, alter Vater. 2 noch. Also ich glaube, es geht bis 10, ich hoffe, es geht bis 10, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ist man schneller, wenn man springt? Na, wer sieht denn door? Oh, und ich denke mal, hiermit ist denn dieser Party geschafft. Ich habe den Music Man, den DJ, keine Ahnung, wahrscheinlich jetzt besiegt. Und bis zum nächsten Video. Ja, also, ja. Chillig. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video.